So, hoffen wir mal, dass wir irgendwie zu uns nach Hause kommen. So, erstmal was essen. Ich glaube, das ist erstmal so sinnvoller. So. Oh! Das ist jetzt aber echt alles unfair hier. So, geh weg! Geh weg, Zombie, das gibt's gar nicht. So, lass mich rein da. Danke. So. Hätten wir das auch schon mal geklärt. Hilfe! Das ist ja unfair. Uh, das ist noch viel unfairer. So, was macht mehr Schaden? Das Gold oder das Starrschwert? Ich poppe jetzt mal das Starrschwert. Ja, Creeper in zwei Schlägen tot. Gut, da hauht ihr eigentlich immer ab, wenn ich euch schlage, ne? Könnt ihr nicht mal da bleiben? Müsst euch dann auch schon entscheiden, ne? Entweder wir töten uns gegeneinander oder wir lassen es sein. Von mir aus können wir auch friedlich koexistieren. Wobei, warte mal. Ne, lass mal stecken. Das muss wirklich nicht sein. So. Haben wir noch ein paar Blaubeeren gepflückt. Oh, da kommt jetzt auch noch ein Dings an. Und irgendwann hab ich grad wieder keinen Platz im Inventar. Na, haa. So, dann packen wir halt das Ganze so. Oh, 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 oh. Oh, Basalt lassen wir erstmal da. Oh, 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 oh. So, Osmium. Meine Hand ist eingeschlafen. Das ist böse. So. Phosphorus können wir auch gleich mal in der Kiste packen. Dann werden wir hier erstmal um die netten Nachbarn gekümmert haben. Kommt er hier mit einem verzauberten Bogen an, Schlavenzell? Sag mal, bist du wohl noch ganz dicht oder so? So. Ich möchte auch einfach nur meine Blaubeeren haben. Die ich vorhin raser schön gepflückt habe hier. So. Mehr will ich doch gar nicht. So. Sind jetzt noch irgendwelche Zombies? Nö. Ihr könnt nicht mal. So. Peng aus. Ach ja. So. Dann machen wir uns jetzt mal eben. Eine. Insel mit zwei Bergen und den tiefen Launen. Ich wollte sagen, dann machen wir uns mal eben ganz kurz. Eine Eisenpick X. Weil damit können wir noch ein bisschen mehr abnehmen. Seht ihr, was ich meine? Es geht nämlich gar nicht mehr. Weil dafür haben wir Tinkers Kanzberg. Da können wir uns eine super tolle Dingsmann machen. Und ja. Lass doch mal die blöde Tür auf hier, Mann. Muss doch nicht mal die Tür zumachen. So. Mal eben schauen. Plus neun, plus acht. Plus neun, plus acht. Und mein Stahlschwert ist auch fast kaputt. Das ist natürlich auch wieder so. Aua. Vielleicht lässt sich hier nochmal irgendein Wetter-Snapis fallen. Er zum Beispiel. Der Kollege hier. So. Nein. Aus. Böse Zombies. Böse Zombies. Oder irgendwas Nettes fallen lassen. Müll hat er nicht. Blöd Mann. Ich glaube, das habe ich befürchtet. Das habe ich jetzt befürchtet. Das habe ich jetzt aber echt sowas von befürchtet. Los, komm. Lass mich mal durch, Kollege. Danke. Oh, Blaubeeren. Ja. Sehr schön. So. Ähm. Ja. Dann müssen wir es halt so machen. Was macht das? Plus fünf. Ja, immerhin etwas. So. Dann wollen wir eben warten, bis das Leben wieder regeneriert hat. Ah, 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 ah. So. So. Och, Jungs. Hallo. Hört doch mal auf zu stressen. Es ist doch schon fast wieder Tag. Merkt ihr das nicht? Müsstet eigentlich schon lange brennen. Burn. Burn, Zombies. Burn. Habe ich jetzt echt meine ganzen Flints für Dings ausgegeben? Oh, nee. Also ab und an mache ich echt Dinge, um ohne mir vorher Gedanken zu machen. Das ist echt erschreckend. So, kann ich ja wenigstens Cobblestone-Dings bauen. Ja, wenigstens etwas. So. Besser als gar nichts. Damit kann ich mich dann wenigstens in die Tiefe graben. Ich glaube, damit kann ich kein Gold abbauen. Ich kriege die Grätze, ey. Na, wir werden es sehen, sobald wir es gefunden haben. Wenn wir es überhaupt jemals finden werden, ist nämlich die nächste Sache. Ich glaube, da bin ich noch nicht so ganz dran. Oh, komm. Geh weg, geh weg. Komm, stirb. Danke, blöd Mann. So. Wieder drei Zombie-Köpfe, ey. Das ist... Wow. Unglaublich. Ah. Voll... Kann ich damit... Nee. Oh, warte mal. Nee, kann ich nicht. Okay. Dap, 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 dap. Aber wie tut, kann ich damit wenigstens abbauen. Aber das ist, äh... Naja, das ist mir jetzt ziemlich egal eigentlich, so um ehrlich zu sein. So, das Manganis kann ich damit auch nicht abbauen. Sehr schön. So. Copper will ich jetzt damit nicht abbauen. Dap, 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 dap. Kann ich damit Saphira abbauen? Nein, kann ich auch nicht. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich... Aber ich kann Tin damit abbauen. Das ist mir schon mal etwas. Auch wenn es ein bisschen dauert. Und dieser Stein hier, den müssen wir auch noch abbauen. Den will ich nämlich haben. Daraus können wir nämlich ganz lustige Dinge machen. Haha. Aber dazu später mehr. Sobald wir erstmal ein bisschen weitergekommen sind hier. Habt ihr das jemals noch erleben dürfen, dass wir hier nochmal ein bisschen weiterkommen? Ich bezweifle es irgendwie noch. Frag mich, wo sind die blöden Fledermäuse? Ich sehe, ich höre hier überall... Oh, searches konnte ich auch damit abbauen. Das ist ja witzig. Dap, 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 dap. Warum und woher? Mit welcher Berechtigung? Okay. Okay, gut. Wo kommt die eigentlich alle her? Die sind doch nicht ganz richtig, oder? Was stimmt mit euch nicht? Plimm, plimm. So. Lass mal wieder schön was essen hier. Hm, hm, hm. Irgendwie alles komisch hier. So, jetzt machen wir meine steilen Pickaxe gleich schon wieder kaputt. Ey, das ist unglaublich. Die Dinger halten aber auch gar nichts aus, ey. Gar nichts, sag ich euch. Ich könnte aber, glaube ich, aus Zirtis Quarz, kann man, glaube ich, warte mal, warte mal, warte mal, kann man, glaube ich, äh, der Cutting Knife weiß ich, äh, ne Schaufel, eine Pickaxe, an der Axt. Ist es mir das wert? Ach, wir schauen einfach mal. Später. Nach. Spätestens, wenn die, äh, Pickaxe kaputt ist hier. Ob wir uns tatsächlich aus Zirtis was machen. Weil, eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich das nicht. Weil, eigentlich brauchen wir das noch relativ viel zum Schluss. Beziehungsweise, sobald wir mal ein bisschen mehr Materialien haben. Und mal ein bisschen Energie haben. Oh mein Gott, ich habe gespoilert. Ohne, dass ich es wollte. Oh mein Gott. Ich bin so badass. Ich bin so mega badass. So. Reicht das jetzt mal? Nein, reicht immer noch nicht. Aber wie viel Tinn ist denn hier? So. Alles schön wieder zu. Döpidöpidöpidöp. So. Ach ja. Jo. Einfach immer weiter nach. Na guck mal, da ist Krabbel. Das macht die Sache jetzt irgendwie auch nicht angenehmer. Wir sind schon auf Höhe 27. Ich glaube, man könnte hier echt so langsam mal... ...davon ausgehen, dass hier irgendwann mal Gold kommt. So, ich habe jetzt eh keine Pick-Eggs mehr. Wieder zurück. Die Saphire. Das wäre natürlich auch noch was, womit wir richtig was gut machen könnten. So. Copper, Tin, Kohle. Ne, ist alles nicht so wirklich das. Ware. Tja. Naja. Wir schauen mal weiter. Es geht eine Träne aufreißen. So, den Hammer nehmen wir aber mal mit nach oben. Den will ich nämlich ehrlich gesagt nicht hier unten vergessen. Meine Bücher... Okay, gut. Die Bücher wäre es irgendwo auch blöde. Aber das kann man sich dann wenigstens auch woanders herreimen. Aber der Hammer ist gerade ein bisschen wertvoll. So ein ganz kleines wenig. So ein ganz kleines wenig. Genau. Guter Deutsch. Guter Deutsch. So, wir werden uns jetzt mal versuchsweise eine Sertesquads Pick-Eggs machen. Auch wenn es wahrscheinlich die dämlichste Entscheidung ist, die ich in diesem Let's Play treffen werde. Aber... Wir schauen einfach mal. Ne, komm, geht mal weg hier. So. Ja, genau. Toll. Da soll es zwar überhaupt nicht hin. Aber egal. So. Die Osmium... Ach, du willst wieder verhören. So, die Osmium-Boots kommen da rein. So. Dann könnte ich hier erstmal ein paar Blueberries futtern. Noms, 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 noms. So. Dann kann ich hier nochmal wieder ein Tin reintun. Tin Gravel kommt mit. Led haben wir da auch noch nicht drin. So, das Sertesquads, das kommt definitiv da auch rein. Ähm, das Magnesium auch. Die Quarze selbstverständlich auch. So. Dann wollen wir aber erstmal hier... So. Mal ein bisschen die Cobblestones, ja, loswerden. Wollen wir es mal so nennen. So. Weil davon werden wir noch die... Nein, nein. Haha. So. So. Bei Theoretisch reicht das auch noch für einen, oder? Genau. Meine, meine Güte. Meine ich doch. Das reicht sogar noch für mehr. Wuhu. So. Jetzt sind wir mit den ganzen Cobblestones nämlich los hier. Und nehmen wir jetzt Compressed Cobblestones. So. Ähm. Dann brauche ich jetzt mal Sticks. Habe ich Sticks? Ne, habe ich nicht. Wieso habe ich keine Sticks? Oh, nee. Jetzt sagt mir doch nicht, dass ich keine Sticks habe. Oh, das ist echt unglaublich hier, ey. So. Auf allen Dingen, Rubber Trees lassen wir erstmal die Finger. Nehmen wir uns hier mal den Baum. Folgendes haben wir nicht mal mehr... Oh, eine Pickaxe. Oh, mein Gott. Aber ich glaube, ich kann mir doch aus... Ich könnte mir aus Flint Pickaxes machen, ja. Wenn ich Flint hätte. Oh, ja. Die neue Cobblestone. Genau. Die neue Playlist ist in Arbeit. Nur da heute der gleiche Tag ist wie die vorherigen Folgen, bin ich... Bin ich da noch nicht zugekommen, wollte ich sagen. Bäh. Ich bin müde. Ich gehöre ins Bett, glaube ich. Allmählich. Lass mich raus hier. Lass mich raus hier. Danke. So. Dam, 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 dam. Eigentlich könnte ich mir hier mal Kopper nehmen und das Kopper da mal reinschmeißen. So. Habe ich nämlich das schon mal auf Vorrat, mehr oder weniger, geprutzelt. So. Ähm. Ich könnte das Gravel nochmal eben. Um... Na, vielleicht kommt da ja nochmal ein Wingsball raus. Na? Ja. Guck mal. Pickaxe. Brauche ich zwei oder drei? Ich glaube drei. Dann machen wir den auch nochmal. Mal schauen, mal schauen, wie lang es dauert. Erinnert mich ja schon fast wieder irgendwie an Gravians Guys, ne? Die ganze Zeit immer den blöden Krabbeln da. Würde man Hammer bearbeiten. Nur damit daraus dann Sand und dann das wird, ey. Das ist... Irgendwann wird man da ein bisschen bescheuert mit der Zeit. Danke. So. Dann habe ich jetzt hier Oakwood. Machen wir daraus Dix. Packen wir die da mal so hin. Haben wir eine Flint Pickaxe. Äh, Flint X und eine Quarz Pickaxe. So. Ob sich das wirklich gelohnt hat? Ja. Das, ähm. Da ist er jetzt mal dahingestellt. Wir probieren es einfach mal aus, ob es sich gelohnt hat. Vielleicht können wir damit ja coole Sachen abbauen. Wie schnell geht ein Cobblestone damit? Ja, das geht eigentlich. Kann ich damit Amber? Oh, damit kann ich Amber abbauen. Das ist super. Und dann kann ich nämlich die ganzen Ambers hier mal mitnehmen. Und ich kann damit wahrscheinlich gleich auch Saphira abbauen. Wenn ich damit Saphira abbauen kann, dann hat es sich wirklich gelohnt. So, ist... Warum ist das hier eigentlich so dunkel? Äh, Tastik geht nicht oder ist... Keine Ahnung. Haha. Es gibt einfach nichts zum Anzeigen. So, kann ich das... Oh, das damit kann ich auch abbauen. Das ist ja witzig. Was kann ich damit jetzt eigentlich nicht abbauen? Fragen wir mal so rum. Haha. So. AstralSilver. AstralSilver kann ich damit nicht abbauen. Okay, damit kann ich aber leben. So. Dann holen wir uns erstmal da unten die Saphira weg. Ja, ich kann sie tatsächlich damit abbauen. Ist das geil. Ist das geil. Ist das geil. So. Äh, habe ich jetzt noch Cobblestones eigentlich? Ja, habe ich. Zwei Stück. Eigentlich ist das jetzt auch nicht so der Burner. Oh. Na, egal. So. Das ist Tin. Das will ich nicht. Das ist, äh, Lead. Das kann da auch erstmal hängen bleiben. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Tin. So. Oh. Und Peridot?